Begegnung mit Gott Eine Frau träumte des Nachts, einen Markt zu besuchen. Dort, inmitten all der Stände, saß sie an einem von ihnen, erstaunlicherweise Gott. Scheu näherte sie sich dem Stand. Was verkaufst du hier? Wollte sie von ihm wissen. Alles, was das Herz begehrt. Die Frau war zunächst völlig verblüfft. Als sie sich wieder gefasst hatte, beschloss sie, diese Gelegenheit zu nutzen und das Beste zu verlangen, was sich ein Mensch nur wünschen kann. Ich möchte Frieden für meine Seele und Liebe und Glück und weise möchte ich sein und nie mehr Angst haben. Und das nicht nur für mich alleine, sondern für alle Menschen, sagte sie zu Gott. Gott lächelte und antwortete ihr. Ich glaube, du hast mich missverstanden. Ich verkaufe keine Früchte, sondern die Samen. Doch ei, schade mich. Untertitelung des ZDF, 2020